Okay, ich bin live, wie es aussieht. Ja, und damit, ein Moment, ich muss noch kurz meine Fernbedienung schnappen, willkommen zu, ja, zu was? Heute brauchen wir nämlich mal nicht das Gamepad. Heute brauchen wir nur die Wii-Ferbedienung. Warum? Weil wir nicht heute Wii-Party-YOU spielen, Sondan. 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 Und los geht's mit Bingo! 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 Bingo! Und los geht's mit Bingo! Das ist jetzt besser! Und los geht's mit Bingo! Und los geht's mit Bingo! Und los geht's mit Bingo! 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 Und los geht's mit 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 Bingo! Nach dem Bord! Da nehm ich・・ Chance! Oh, das war einMMer. Nach dem Bord. Ich bin jetzt genau. Ich kann es nur, ich darf es nicht. Ich kann es nur, ich darf es nicht. Das war's für heute. Ja, und hier ist Kai. Ich bin hier auch zwischen den Konsolenis. So, und jetzt suchen wir mal nach einer Einstellung. Natürlich gibt es keine Einstellungen. Warum sollte es auch Einstellungen geben? Es gibt natürlich keine Einstellungen. Das heißt, ich kann leider nichts machen. Denkt daran, später treten wir gegen euch an. Zeitbomber. Ich bin hier. Wer möchte alles mitmachen? Denk da an, ihr müsst schnell ein Chat schreiben zum jeweiligen Wort. Das ist ein Regeln, ich werde gleich noch einmal klären. Wer möchte mitmachen? Wir können bis drei weitere mitnehmen. Ich kontrolliere dann zu euch. Das Thema wird bei einem Ausgerät und dann sagt, ich beginne, glaube ich, automatisch das Regeln. Ja, es muss schnell weitergereicht werden und wer nicht schlägt, reicht, kriege ich die Luft. Und das Spiel ist so regelt. Okay, Kai machen mit. Was ist mit geil, Nico? Wollt ihr auch mitmachen? Wie muss das mit dem Spiel dann jetzt sein, richtig gut? Was, bei Nico? Und geil, scheint nicht nur da zu sein. Dann spielen wir erstmal drunter mit drei. Nein, nein, nein. Jetzt hat es meine Testa. Das ist's tolle the presumbe. Ihr habt doch eine Weave! Applaus Wieder eine Wien-Fermittinung für die Zunge hat es ja oben, was soll es für die Zunge ankommen? Die Zunge ab und die Zunge werden in zwei Bereichen bestellt. Ich glaube, ich habe den falschen Modus gewählt. Ich glaube, ich habe den falschen Modus gewählt. Ich glaube, ich habe den falschen Modus gewählt. Start! Zwei Knopf! Steuerkreuz! Ja! Was ist das denn? Die Fermittin geht echt hoch! Ich habe den falschen Modus gewählt. Das war ein anderer Bomben. Ich habe die eigentlich gesucht. Das war die Swiss-Bombe. Mein Fehler! Ne, das seht nicht. Das war der falsche Modus. Ich konnte das gar nicht. Ich wusste nicht. Ich habe den falschen Modus gewählt. Ich habe den falschen Modus gewählt. Das ist der richtige Modus. Das ist ein Thema der Hunde. Video-Spiel-Titel Wir werden das Thema Video-Spiel-Titel Ich bin da früher Es geht noch nicht mal los Aber das wird jetzt nicht gleich Du rutschst, was du machst? Ja, für mich Start Super Mario Pokémon Schlecht-Heim-Pass Ich habe es ja fischerweise abgedrückt Metroid Mario war schon Nur Schnellchen bei dem Spiel Super Mario Kalle 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 Oh ja, du kannst es nicht! Ja, das war nicht der Geistungsgerät. Aber zu spät. Am besten Tipps, du werde ich noch tranken. Wir sind überwältig bist du ja dich schaubigst. Aber du kannst es nicht die Situation, sondern man kann nicht dafür, dass du ein Tier kam kannst. Du kannst dich da ein Loch am Boden zu haben. Ich finde, du kannst dich das Geld daran machen. Pflanzen? Oh Gott! Kur immer habe ich selber ab. Nur w Message zu sein. Wir haben das mit dem Thema Pflanzen. Okay, noch mal. Wörter mit Z. Spielzeug. Okay, das solltest du aber erkennen. Der Spiel ist sehr leid. Okay, du darfst du vorhören. Ich hoffe, du könntest du unter den Dörren. Also, los geht's. Starrt! Kreise. Neuget. Klecksbier. Neuget. Papierflugzeug. Boah, geht's. RCK. 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 Dann kommen wir später noch mal ein. Ja, das ist ziemlich schön, aber gut. Was ist das denn für mich? Was ist das denn für mich? Was ist das denn für mich? Oh, ich muss euch jetzt alle verkuppeln. Ich muss euch jetzt alle verkuppeln. Ja. Ja. Aber jetzt sehen wir auch wieder, dass wir dann geschafft haben, so wie die Existenz gehen. Jawohl. Super. Losiger. Kai. Warum sind Nick und Kai schon wieder gemeinsam am Start? Was habt ihr dieses Mal vor, ihr Bein? Dass es mir ein bisschen zu oft geht, ein Zufall. Haben die mit so... Wir haben es drüber geschaut. Da ist ein Kühlstar. Nennst du? Ich hab's nicht gehört. Jetzt. Jetzt. Ja, komm schon. Wir haben's wieder geschafft. So, Sunny hat's wieder geschafft. Die Sonne kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was rauskommt. Nein. Böse. 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 Das ist der Baum. Ja. Ich mein Kommeln geht, die sich. Hau! Gleich mal platz uns. Der ist doch nicht fertig. Ok. Ich weiß nicht, wie ich es hier kommt. Ich weiß nicht, wie ich es hier kommt. Höh? 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 Das ist gar nicht so. Höh? Lass mich mit mir auf etwas tun. Lass mich etwas von Lüten noch gerne machen! Ja, ich habe das alles reception. Und ich bin gar nicht so. Fah! Höh? Oh, Pizza. Pass auf, die von Pizza aus. Cool. Start! Barbot Kinder! I don't know where to meet. Oh we see is over there! Ach, sie hat nächster Versuch bekommen. Der ist wohl toll. Loll! Mein Sohn. Mein Sohn ist Platin. Du bist mir noch Platin. Steak. Olivia ist noch nicht in Tomodachi live. Oh, ich habe ihn nicht eingestellt. Das ist eine Chance! Das ist ein Lipps. Oh! Untertitelung im Auftrag des WDR Das ist eine solche certificative Unird geen einfach Mal eine sehr gute Idee vorgenommen. Soll es schädet ihr euch zu sehen? Jetzt wird ein Ding diskutiert. Sie macht einfach das exakt selbe, was die Teufel ist. Das ist ja ziemlich dumm. Ich hab mir eine Waffler ab. Haben Sie die? Ich hab eine Waffler ab. Mundidermitzen. consumed die Six Flope. Und die fliebst. ula Pero certified holly. Neh, aber ich habe einen bestimmten Mal in dem Fall gebrochen. Also da bin ich es schlauer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geht up. Das ist eine super Chance! Das ist eine super Chance! Da können wir uns dich aufhörern! Oh! Der sieh! Ja, der sieh! Der sieh hier! Der sieh! Der sieh! Das Spiel ist leichter, aber dafür stehe ich jetzt lieber kurz auf. Aber ich dachte, das wäre mit Bewegung. Ja, damit habe ich gewonnen. Es muss schon ein Wunder passieren, wenn ich das noch verliere. Oder der absolute Betrug. Ja, was war das, was war das, was war das, was war das, was war das. Oh, das ist wirklich. Jopa. Was ist denn, wenn du in Gold gekleidet bist, denn ich habe eine Menge Gold. Nein, nein, ich habe ja nicht 1.000 zusammen. Ich hab auch die Ja, ich hab, das sind wahll. Das ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung, dasviele zur Vorbeige. Das ist die Erfahrung, das ist eine Aufgabe. Das ist die Erfahrung. Das verstehe ich, das ist die Erfahrung. Und das weiß ich, dass ich das ist. Das ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung. Das ist ein Schilder. Spannend zu machen. Sechst so nachlos. Jackpot. Ja, aber 2. 2. 3. 3. 1. 3. 4. 5. 5. 6. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 11. 13. 20. 12. 13. 20. 25. 22. Oh, okay, dafür muss ich aufstehen, Leute. Tut mir leid, dafür will ich aufstehen, das heißt, das Modell wird jetzt kurz ein bisschen so spätig, wir spielen den Action-Easy-Sports, ja. Start! Das ist ein guter Bug. Ende! Gewonnen! Gewonnen! Ich hab mal wieder gegen den rauf gelangen. Jetzt sind wir jungen mit Eintracht. кив Wir machen das! Wir haben ihr gewonnen. Ich habe ihn gewonnen! Ich bin kein heutiger Team! Ich bin ein bier, ich bin kein cooler Team! Ich bin ein Bler. Ich bin ein Bler. Ich bin kein Bler. Ich bin ein Bler. Wow! Und ich weiß, dass du dann sie immer wieder mit deinem Gehirn wirst. Hallo! Ja! Ich weiß! Wirklich überhaupt? Ich weiß, dass du kannst! Ich weiß, dass du schon so bist... Ich hab immer noch! Ich weiß, dass du schon so bist! Ich weiß, dass du schon so bist! Ich weiß! Ich weiß, dass du auch nicht mehr so bist! Ich weiß, dass du schon so bist! Okay, und zum Laden möchte ich mal ein paar mal nennen. So, für leider. Und dann möchte ich mal hier nichts mehr probieren. Dann gibt es ja einen Lagen in der Seite. Mit dem CPU ist das allerdings nicht schwer. Und dann möchte ich auf die Piste drücken. Eine gute Sache. Das kann also auch passieren, dass plötzlich einer von euch als riesengroße Gigant Jetzt kriegst du eine kleine Schiene, wo es kommt! Ich verpasse euch endlich das Video Ich weiß nicht, wer jetzt kommt Mal gucken, ob ihr baden geht oder nicht Oh nein Das war mir ziemlich gut aus, das ist lustig Er muss eigentlich eher mit dem Mitspieler Start! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020